Nr nur Spitzenberg hoch Janis wenn es nicht so wichtig und du hast da nach dem Fässer ich bin ja ich alter Junge werden schießt mich hier runter Achtung Jonas, wenn du dich hochbaust. Ich hätt' ihm unge mit Pfeilen. Ich seh' nur den Pfeil an mir vorbeirasen. Äh, Juli, wo bist du jetzt hin? Ins Flachland. Wo ist das? Ach, da hinten. Ich hab' dir gesagt, dass ich... Du bloß weg, ey. Das ist in die falsche Richtung, glaub. Nein, ich hab' keine Erde mehr, doch nicht wohl. Wertkisten. Ich nicht, aber ich hab' Holz. Ey, Jonas, du kannst doch unter mir hochbauen. Ja, komm zu mir und ich mach' die Erde runter. Na, bau dich, wo ich bin. Ja, ich hab' dir jetzt ins Deck von Erde schon runtergebrochen. Ich hab' leider keine Fahne. So würde ich... Bum... Ich abschießen. Hier viele Pfeile und die Stärkenhaut. Juli, was machst'n du da? Ey, da vorne, die Berge sieht auch geil aus, weil da so über so Lüscher von sind. Flachmann sind. Warum? Ich mein' da, wo die Bäume sind. Au! Ich bin im Flachland. Ne, du bist grad... Du bist hier auf der Insel. Keine Erde mehr? Ja. Warte, ich komm mal da hin. Wo willst du hin? Ja doch, das ist gut, weil dann kommen die Monster nicht, wenn wir auf so einer Insel sind. Mission Accepted. Ah, ne. Du hast Schaufeln, oder? Ich fang'n. Ah, Leute. Ich weiß sowieso, dass der Stack runterfallen wird. Na? Ah, nein. Ja, ich hab' Schaufeln, Juli. Zwei Stück, zu nehmen. Das wär' jetzt irgendwie episch, wenn du da jetzt runterfallen würdest. Ähm... Dennis? Ja? Sollen wir die Insel ganz ein-ebnen? Äh, ja, würd' ich schon, Juli. Geh' mal kurz raus. Okay. Dann mach' ich das. Oh mein Gott. Ich find' das sieht einfach nur episch aus hier. Besonders da vorne, der Werk mit dem Loch drinnen. Ja, das ist ein Berg und das ist einfach so zum Loch zu sagen. Okay, ich sag' jetzt nix Falsches. Fick können. Nein. Janis, an das denken wir doch nicht. Ich? Nee, ich denk' an sowas gar nicht. Hey, Janis, kannst du... Du hast doch Kohle dabei, gell? Oh, oh shit. Scheiße. Was ist jetzt? Komm mal her. Ich sammle die paar fucking auf. Nee, oder? Die hast du gemacht. Juni! Aus Versehen. Ich bin... Ich will... Ich will den Citadel hier. Juli, das hier wird unsere Base. Wir machen die quadratisch, weil die einfach... Quadratisch praktisch gut. Aber die Insel lassen wir so natürlich, oder? Also, ich würd's hier quadratisch machen. Ja. Ganz quadratisch. Aber wir sind doch auch nicht drauf. Also, halt viereckig. Nee, also lass' es so. Ja. Dein Ernst? Bau' ich mich gestern zu, ist auch okay. Enggatt. Monsterspawn ja net im Wasser, oder? Nee. Nee. Einmal oder? Ja. Du bist so schön. Ja. Du bist so schön. Wenn du mich nicht mehr cool hast. Du bist so schön. Du bist so schön. manche st hat sich gerade gut angehört klatsch äh Juli ich leuchte hier mal ein bisserl aus dass unsere Insel nicht ganz so da hast du elf warum habt ihr eigentlich die Diamanten und warum habt ihr die ganzen Rohstoffe weil ich die in die Garten ich hab mir in gar nix ja jetzt gibt's mein Handy so lange noch 10 auf dem Jahr ja es liegt irgendwo auf dem Bett und vibriert die ganze Zeit die sind auf dem Berg oben drauf ja ok du weich wo ja jetzt kommst du so 2mm neben dem Wasser auf dann ich hab keine Schaufe mehr nein geh am besten hier vorne und hier oben auf die Brücke so schade dass ich kein kein Ding hab das ist wirklich nicht stimmt alter kein gibt da kein äh Optifine gib mal kurz ne Schaufel bitte äh in der Küche das sind Schaufeln ich würde nach rechts rein ah ok weil ich ich unterbinde hier mal die Verbindung ich mach die Verbindung hier mal weg ich mach die Verbindung hier mal weg ja mach das ja ein Wassereimer halt hier schau neben ja ist gut und ich glaub ich mach hier das Sandbank weg weil das dann haben wir hier schon welche dann haben wir das Sandbank das ganze hier weil dann können da schon mal keine Viecher spawnen und wir müssen da keine ja Fackeln aufstellen finde ich eigentlich schade dass im Wasser keine Monster spawnen wieso weil das wär doch richtig nice echt im Wasser Monster das heißt noch mehr Angriffsschaden ja besonders bei Skedetten ja aber echt ja weil wenn wir im Wasser sind hast du keine Chance da dran zu kommen kaum ja weil die dich immer so weit so wir wollen ja ein Foto von ja mein Gott wer denn äh schaffst du es hier irgendwann nochmal hoch zu kommen ja Alina weil ich du bist bei Jabba gelpeter wir wollen alle ein Foto äh was du kriegst ne Autoanfrage ja wir haben die Autoanfrage verstanden ach Juli Juli brauchst du was zu essen hier ja danke ja so gib mal nicht an ey auf der Gamescom ey dann zack das war aber was juli Juli weiß eigentlich was ziemlich praktisch ist was dass du vielleicht sterben wirst äh ne das nicht sondern wir können hier einfach wir können hier einfach Felder bewirtschaften naja genau so am besten hier oben oder so einmal einmal Wasser hin setzen dann lache ich oder da hätte gesagt dass du es hier oben irgendwie machst ah luft 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 so am besten hier so ins Wasser runter ja sauerstoff ist lebensnotwendig auch in real life ja huiiiiiii wuuu ja da hinten ich nimmel den ich kenne machst du mit euch eh das wasser da weg naja ich bin guck mal zu euch bloß mit dem Wasserfall hoch oder was ja oh mein gawd Schleeecht. Sagen die Pussys, die auch Land sind. Roll den Keks, Alter. Kannst nicht mal. Nein! Wow! Ich hab fast auf die Erde draufgekleidet. Ja, da... Janis, was machst du? Der enttrollt mich. Ja, ein Feld, Juli. Aber doch nicht so. Ja, ist egal. Doch, dann brauchen wir schon kein Wasser. Ich wollte es so natürlich hier machen. Fang dich auf. Boah, wo kommt der Eimer her? Das ist ja echt so verplant. So viel Zuckerrohr brauchen wir jetzt auch nicht. Neue. Nö. Was haben wir denn so was, wer von Melonen haben auch. Keine Mästecke sind uns schon bei langsamer. Hallo, ich verstecke. Nein! Fruttergefallen. Du hattest ja nicht mal ein Rechen haben. Nein! Ich falle die ganze Zeit wieder runter. Guck mal, ob meine Hand verkrampft. Ja, in der obersten Kiste ist ganz viel. Ich hab mal ein ganzes Momentar da reingepackt. Ohlalalalalala. Jonas. Eigentlich geht es nicht. Nein, ich bin auf der anderen Seite wieder runtergesprungen. Bei mir ist der Timer abgelaufen. Ohlalalala, ich bin, ich bin gerade oben, springe ich auf der anderen Seite wieder runter. Sehr gut. Ja, es ist schwer bei einem Blockbrett der Brücke, irgendwie da drauf zu landen. Ja. Ach, hier habe ich noch keine Fackeln gesetzt. Meine Mutter hat die ganzen Füße meinen halben Eistier ausgebrochen. Oh mein, jetzt hast du keine, kein Friedmeer, als wir schlagen müssen. Warum haben wir eigentlich keine Melonen? Weil du... Äh, wer hat eigentlich den Zaubertisch? Bring den mal bitte runter. Ich... Jonas, baum mal hier an der Seite, wo ich gerade bin. Hier, guck. Okay. Also. Wir haben ja geplant... Du musst ja auf der anderen Seite einen Block hinsetzen, sonst fahre ich da wieder runter. Hallo. Also, wir haben ja geplant, dass... immer jemand anders aufnimmt. Und das Wachen, das machen wir natürlich auch. Deshalb ist jetzt Jonas seine Aufnahmezeit vorbei. Und dann... Der wird doch nochmal weggespült. Und dann begrüßen wir euch natürlich ganz recht herzlich in der neuen Folge, wenn Jonas es aufnimmt. Wir knüpfen hier gleich an dieser Aufnahmesession an. Und ich glaube, Jonas macht die kleine Verabschiedung. Ja, tschüss. Och gut. Okay. Okay. Ah, ganz sentimental wird er. Da kann ich ja gleich sagen, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber... Ich stehe Millimeter noch mit meinen Zehenspitzen auf dem Block drauf. Brrrr, ich zeig dir, ich spreke. Ja, okay, ich lasse es aus rein. Klatsch. Wenn es euch gefällt. Und... Dann bis gleich bei mir... Bei mir, Anis. Eventuell. Eventuell.